Ja, herzlich willkommen zu dem LTB-Duell mit der geringsten Distanz bisher. Also beide Bände sind aus meinem Geburtsjahr 1992 und wir legen auch direkt los mit der Cover-Wertung. Also die 171 ist so ein typisches zusammengesetztes Motiv. Wir haben da im Hintergrund das Gefängnis von der ersten Seite des Comics, dann den Schmutzgeier von Seite 25 und Phantomias von Seite 28. Also ganz typisch damals, dass das so zusammengesetzt wurde. Was mir jetzt erst bei genauerem Hinsehen aufgefallen ist, ist, dass beim Phantomias hier einen Kolorierfehler gibt. Ein Teil des Schnabels wurde weiß eingefärbt. Ja, ist nicht so tragisch, aber auf einem Cover sollte das ja eigentlich nicht unbedingt passieren. Dann zur 177, da schauen irgendwie alle begeistert mit großen Pupillen rein. Wirkt irgendwie, als ob die alle auf Drogen wären. Auch irgendwie wie so ein heutiges Cover, alle grinsen und posieren schön. Ich mag aber diese Froschperspektive, das lässt das Disney-Schloss irgendwie majestätischer erscheinen. Das gab es übrigens auch in ähnlicher Form auf einer damaligen Mickey Mouse. Ja, also ich finde das Motiv ein bisschen kitschig. Ich glaube, ich würde mich dann im Vergleich schon für die 171 entscheiden. Aber ihr könnt ja in den Kommentaren dann wieder drüber abstimmen. Okay, dann zum Inhalt von der 171. Neben der Titelgeschichte haben wir der große Entenhausener Goldrausch, der Berg der geheimen Wünsche und die Erbschaft. Ja, wenn ihr den Band kennt, wisst ihr schon, das sind gar nicht die richtigen Geschichten von LTB 171. Es ist nämlich so, ich habe die KI-Chat-GPT gefragt, ob sie mir nicht vielleicht die Arbeit abnehmen kann und eine Rezension zur LTB 171 erstellen kann. Aber, wie gesagt, die KI hat nicht mal die richtigen Geschichten rausfinden können, sondern sich einfach andere Geschichten ausgedacht, also komplett zusammenfantasiert. Wobei die Titel wirklich realistisch klingen, ich finde gerade der Berg der geheimen Wünsche klingt gut, das würde ich eigentlich gern lesen. Wie ihr sehen könnt, wurden da auch Autoren und Zeichner angegeben, die es auch tatsächlich in echt gibt. Naja, mit einer Ausnahme, Giuseppe Delia, den habe ich vorher noch nicht gekannt. Und ich habe dann sogar nachgefragt, wer das sein soll und da hat er mir einfach so eine komplett erfundene Biografie rausgegeben. Ich lese das jetzt nicht alles vor, unter anderem wird behauptet, dass er Romanos Garpa assistiert hat. Also eine gar nicht so unrealistische Biografie. Und ich habe dann sogar noch der Vollständigkeit halber ein Foto von Giuseppe Delia generiert. Das war tatsächlich das erste, das ich erstellt habe, also es sieht auch, finde ich, so richtig nach italienischer Disney-Zeichner aus. Ja, jedenfalls im Rumbushitten ist die KI schon ziemlich gut, aber sonst konnte sie mir jetzt keine Arbeit abnehmen, zumindest noch nicht. Ja, also ich hoffe, ich habe euch jetzt mit dem Exkurs nicht genervt oder gelangweilt, aber ich fand das einfach interessant mal zu sehen, was dabei rauskommt. Okay, dann jetzt aber zum echten Inhalt von LTB 171. Da haben wir fünf Geschichten zwischen 40 und 60 Seiten, sowie einen Fünfseiter mit A-Hörnchen und B-Hörnchen, der nicht weiter erwähnswert ist. Aber zu den anderen sage ich jetzt ein bisschen was. Okay, dann beginnen wir mit der Titelgeschichte. Der Schmutzgeier ist wieder da, denn der ist aus dem Gefängnis ausgebrochen und treibt wieder sein Unwesen. Fantomias stellt sich blöd an und wird mal wieder zum Sündenbock. Im Zuge seiner Ermittlungen stößt er aber auf eine Gräfin mit Sauberkeitsfimmel. Ja, dieses Spiel mit den Gegensätzen finde ich wirklich sehr schön, wird auch humorvoll gemacht, auch wenn die Geschichte ab diesem Zeitpunkt eigentlich sehr vorhersehbar ist. Es ist die Fortsetzung von LTB 164, da trat der Schmutzgeier zum ersten Mal auf. Das war auch schon die Titelgeschichte. Petzin hat ihn dann aber nach diesen zwei Geschichten nicht mehr eingesetzt, da war das für ihn wohl abgeschlossen. Erst bei den Ultra-Helden, vielleicht kennt ihr das, trat er dann wieder auf. Und auch kürzlich im LTB in Band 569 gab es ein ganz kurzes Cameo, wo er im Gefängnis sitzt. In dieser Geschichte, das ist jetzt ein kleiner Spoiler, wird er aber am Ende enttarnt und dann auch gar nicht mehr als so bedrohlich dargestellt. Das finde ich ja fast ein bisschen zu harmonisch, wenn man bedenkt, dass der Schmutzgeier zuvor immer so als Irrer dargestellt wurde. In der ersten Geschichte wollte er sogar das Weiße Haus beschmutzen. Da wurde, finde ich, auch der ökologische Aspekt ein bisschen besser herausgearbeitet. Also insgesamt hat mir die erste Geschichte da besser gefallen, aber ich kann verstehen, dass das jetzt auch ein runder Abschluss sozusagen dieser beiden Geschichten ist. Ich mache jetzt gleich mit einer anderen DAG-Geschichte weiter, die auch von Petzin geschrieben wurde, nämlich die wunderbare Ferienwelt. Ja, zur Ferienzeit gibt es in Entenhausen viele Staus, alle wollen aus Entenhausen weg, wie Dagobert betrübt festgestellt. Dann kommt er aber auf die Idee, die beliebtesten Reiseziele einfach künstlich in einer Ferienwelt nachzubauen. Das bringt dann aber später Probleme auch rechtlicher Art. Ja, mehr will ich jetzt vom Plot nicht verraten. Es ist halt so eine typische Wirtschaftsgeschichte, wie man sie in den Hundertern häufig hatte. Da ist sie jetzt, denke ich, kein herausragender Vertreter, finde ich, aber ein guter. Und ich hätte jetzt gar nicht nachgucken brauchen, wer die Geschichte geschrieben hat, weil das so ein ganz typisches Petzin-Szenario ist. Also ich hatte mal in einem Porträt den Ablauf in fünf Akten beschrieben von so einer Wirtschaftsgeschichte. Und ich gebe das jetzt mal verkürzt anhand dieser Geschichte eben wieder. Phase 1, der Missstand. Ja, also dieses Panel hatte ich ja schon gezeigt. Dagobert klagt den Neffen sein Leid. Er ist also am Anfang der Geschichte am Boden, weil er irgendeine schlechte Nachricht bekommen hat. Dann hat er aber gerade durch dieses Gespräch eine Idee, wie er das Problem lösen kann und setzt es dann auch erfolgreich um und befindet sich da also auf dem Höhepunkt. Phase 4 ist dann das vorläufige Scheitern der Idee, weil irgendwas Unvorhergesehenes passiert. Also häufig sabotiert dann Klaas Clever. In dem Fall ist es aber dieser Rechtsstreit. Und dann haben wir aber meistens doch noch das Happy End. Oft jetzt auch gar nicht durch eine Idee von Dagobert, sondern durch irgendeinen Zufall, welches sich ein Vorfall doch als gut herausstellt, wie hier. Und oder eben die Kunden sich dann doch anders verhalten als erwartet. Also dieser Ablauf ist jetzt natürlich nicht immer genau so, aber oft schon so ähnlich, was man jetzt auch langweilig finden könnte. Aber ich mag das trotzdem, weil Petzin auch immer so schöne Modifizierungen und Einfälle hat. Vor allem am Anfang der Geschichte finde ich es immer schön, wie er so die Ausgangssituation überspitzt beschreibt. Wobei ja die Idee des Nachbaus von Sehenswürdigkeiten ja gar nicht so neu ist. Also das gibt es ja gerade auch in China, wo dann der Eiffelturm oder Neuschwanstein dann nachgebaut wurden. Insofern war Petzin auch da mal wieder ein Visionär. Und interessant finde ich auch eine Szene, in der die Alpen künftig nachgebaut werden. Mittlerweile ist ja auch so, dass in den Alpen durch die Klimakrise immer mehr Schneekanonen eingesetzt werden müssen. Also auch da kann man sagen, hat die Realität auf traurige Weise die Fiktion überholt. Dann schauen wir uns gleich noch die dritte Duck-Geschichte an, der gute alte 313er. Also hier wurden zwei Sachen miteinander verbunden, die ich eigentlich langweilig finde. Autos und Außerirdische. Und trotzdem mag ich die Geschichte. Also so maschinenartige Außerirdische entdecken die Erde. Sie beobachten den wieder mal arg gebeutelten Donald und entschließen sich ihm zu helfen. Und zwar indem sie sich in Donalds 313er einnisten und ihm eine Stimme verleihen. Und dadurch auch zu Höchstleistungen verhelfen. Also es wird schon auf der ersten Seite angekündigt, dass die Geschichte vor allem für Autofreaks ist. Und wie gesagt, ich finde wenig Sachen so langweilig wie Autos. Was ein bisschen ironisch ist, wenn man Username in den Foren eben 313er ist. Aber ohne jetzt jemanden auf die Füße treten zu wollen. Ich persönlich habe wenig Verständnis für diese irrationale Anthropomorphisierung von Blechhaufen. Wie es bei uns in Deutschland ja leider sehr oft vorkommt. Aber in Entenhausen irgendwie schon. Also wahrscheinlich, weil Entenhausen ja schon an sich so eine anthropomorphisierte Welt ist. Da ist es bei Donalds Auto ja eigentlich nur konsequent, wenn das gemacht wird. Und in dieser Geschichte eben besonders, weil der 313er durch die Außerirdischen sogar sprechen kann. Wenn Außerirdische auf die Erde kommen, finde ich das oft interessanter als andersrum. Weil die dann so einen Außenblick auf die Erde haben, den ich potenziell interessant finde. Deshalb haben die mich nicht gestört. Und wie gesagt, ich mochte die Geschichte eigentlich, weil es halt so eine typische Geschichte ist. In der Donald zuerst ganz unten ist und dann doch noch Glück hat. Das Konzept ist natürlich sehr häufig, aber es funktioniert einfach sehr zuverlässig, weil es immer so eine Genugtuung dann ist. Paolo Motura hat damals noch ganz anders gezeichnet als heute. Mehr so an Karpi orientiert. Aber da hat es mir auch schon gut gefallen. Also vor allem dieser maliziöse Blick von Dagobert gefällt mir gut. Also das ist mein Lieblingspanel des Bandes. Ich will zum Schluss aber noch ein anderes Panel zeigen. Und zwar formt der 313er Daisys Namen aus den Auspuffgasen. Also ich kann mir eigentlich nichts Romantischeres vorstellen und ihr wahrscheinlich auch nicht. Aber ich hätte es ohne Daisys Hinweis gar nicht gesehen, weil es so schlecht gemacht ist. Also ihr seht es wahrscheinlich auch nicht richtig. Das ist hier diese schwarze Umrandung. Im Original wurde Daisys italienischer Name Paparina geformt. Und das kann man mit Mühe und Not noch erkennen. Aber da sieht man leider, wie lieblos das dann häufig ins Deutsche übertragen wurde. Wobei es hier auch zugegebenermaßen ziemlich schwer war. Okay, jetzt aber noch zu den Mausgeschichten. Die rätselhafte Pyramide ist Gegenstand einer Zeitmaschinen-Story. Denn sie ist schon 5000 Jahre alt und aus Zink. Obwohl Zink erst später von den Menschen eingesetzt wurde. Miki und Goofy sollen diesen Widerspruch auflösen, reißen die Zeit zurück und stoßen auf Außerirdische. Ja, da haben wir sie schon wieder, die Außerirdischen. Aber auch da würde ich sagen, es ist eine solide Zeitreise-Story. Schön gezeichnet auch von Massimo De Vita. Ja, nur die ewigen Streitereien zwischen Zapotec und Marlin haben mich ein bisschen genervt hier in dieser Geschichte. Geschrieben wurde sie von Massimo Marconi. Und sie trägt auch ganz klar seine Handschrift. Also Marconi hat häufig solche lehrreichen Geschichten geschrieben. Wir hatten ja schon den Lauf des Wassers in Band 120. Auch hier merkt man dann Marconi an, dass es ihm Spaß macht, was zu erklären. Und hier gibt es eben viele Infos über Zink. Zink wird hier so glorifiziert, es wirkt fast wie eine Werbegeschichte für Zink irgendwie. Also da erwartet man fast, dass ein Zinkpräparat als Beilage dabei ist. Tatsächlich gab es aber immerhin eine Sonderveröffentlichung, speziell dieser Geschichte. Wahrscheinlich, weil eben auch die Zinkverarbeitung angesprochen wird. Und zwar war diese Sonderveröffentlichung vom Institut Feuer vor Zinken. Und dieser Sonderdruck hatte nur eine kleine Auflage von 15.000 und wurde an Mitarbeiter und Kunden kostenlos verteilt. Also tatsächlich eine recht kleine Auflage für LTB-Verhältnisse. Ich habe mal vor kurzem bei Ebay geschaut. Da ist diese Sonderausgabe für 15 Euro drin. Also jetzt nicht extrem wertvoll, aber immerhin. Und dann haben wir noch Im Tal der Redensarten. Da bekommt Micky von Mini einen sprechenden, aber sehr unhöflichen Papagei geschenkt. Er findet dann heraus, dass der Papagei eigentlich einem Professor gehört, für den er Forschungen anstellen soll. Doch er war von seinem Weg abgekommen und zusammenreißen Micky und der Papagei dann in das sogenannte Tal des Regenbogens. Geraten dann aber irgendwie ins Land der Redensarten. Und diese Idee finde ich eigentlich ganz nett. Also dass das Tal so deterministisch ist und die sprechenden Tiere dort so leben müssen, wie es das Klischee verlangt. Da wird aber gar nicht das Potenzial ausgeschöpft. Das ist eigentlich nur ein Aspekt der Geschichte. Also die ist irgendwie so ein bisschen Alice im Wunderland-artig. Das wird an einer Stelle sogar erwähnt, aber mir hat die eigentlich nicht besonders gefallen. Das ist mir zu konfus und überhaupt nicht stimmig. Außerdem nervt der Papagei extrem. Aber das ist eigentlich die einzige Geschichte in dem Band, die ich eher Misslungen finde. Die anderen finde ich eigentlich alle solide, ohne dass jetzt eine besonders heraussticht. Vielleicht am ehesten die 313er Geschichte, aber eigentlich sind alle auf einem ähnlichen, okayen Niveau. Okay, dann gehen wir mal weiter zur 177. Da haben wir auch sechs Geschichten von der Länge her jetzt ungleichmäßiger verteilt. Und die Titelgeschichte sticht mit 76 Seiten natürlich heraus. Also bevor ich den Inhalt zusammenfasse, muss man sagen, dass das ein Werbecomic für das damals neu eröffnete Disneyland in Paris ist. Das wird schon auf der allerersten Seite klar. Das kann man natürlich doof finden. Ich finde es jetzt nicht so tragisch, weil es im Wesentlichen die erste und die letzten paar Seiten betrifft. Dazwischen geht es eigentlich nur indirekt ums Disneyland, beziehungsweise am Anfang wird der Werbeerspekt selbst thematisiert. Denn es geht um eine Werbeagentur, die sich was fürs Disneyland ausdenken soll. Und schließlich kommen die auf die Idee, die erste Eintrittskarte zum Disneyland zu verstecken und eine Schnitzeljagd durch Europa zu veranstalten. Deren Protagonisten natürlich die Ducks sein sollen. Es gibt dann verschiedene Teams. Dagobert mit Düsentrieb, Donald und Daisy, Gita und die Neffen, Gustav und Dussel und als Bösewichte die Panzerknacker und Meg Monizak. Dass Monizak im LTB vorkommt, ist eher unüblich. Das war zuvor nur in Band 20 der Fall, ab den 300ern dann aber häufiger. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass es zuerst Klaas Clever sein sollte, dann aber durch Monizak ersetzt wurde. Also ist jetzt eine Spekulation, aber vom Design her sieht Monizak nicht so aus wie in den Barkstories, sondern so wie bei den Ducktales. Also dass es da verschiedene Teams gibt, finde ich eigentlich ziemlich reizvoll. Also finde ich so als Grundidee ziemlich gut. Allerdings sind die Ducks dann sowieso die meiste Zeit zusammen unterwegs, sodass das dann gar keine so große Rolle spielt, leider. Die Ducks sind nämlich in einem von Düsentrieb konstruierten Luftfisch unterwegs. Auch wenn ich den jetzt eher hässlich finde, eigentlich hat er schon was Ikonisches. Und sie besuchen dann London, das Hans-Christian-Andersen-Museum in Odense, Brüssel, den Schwarzwald, die Altamira-Höhlen in Spanien, Venedig und natürlich zum Schluss dann Paris. Ja, die Auswahl finde ich ein bisschen random eigentlich, aber eigentlich gar nicht schlecht, weil halt nicht nur da das Offensichtliche dabei war. Und ich denke, Skapa hat da einfach rausgesucht, worauf er Lust hatte. Es ist ja auch kein Zufall, dass Venedig die letzte Etappe vor Paris ist, denn das ist ja Skapas Heimatstadt. Also eigentlich muss man sagen, sind die Zutaten für eine richtig schöne Abenteuergeschichte da. Und ich finde sie jetzt auch alles andere als schlecht, aber das große Problem ist, es kommt irgendwie zu wenig Spannung auf. Es ist irgendwie alles zu egal. Es sind sowieso immer alle gleichzeitig bei den Etappen da. Und einmal nimmt Dagobert sogar Monizak mit. Am Ende zeigt sich Dagobert von seiner Weichenseite, wie es hin und wieder bei Skapa der Fall war. Prinzipiell mag ich das. Vielleicht ist er ihr in dieser Geschichte aber sogar zu spendabel. Aber ich finde gut, dass Skapa hier auch das Thema Kinderarmut anspricht und klar macht, dass sich eben nicht jedes Kind den Eintritt ins Disneyland leisten kann. Also klar, das wird jetzt nicht in extremer Breite angesprochen oder analysiert, aber trotzdem, das ist, denke ich, kein selbstverständliches Thema für Disney Comics. Und da habe ich auf jeden Fall großen Respekt vor Skapa, dass er das da eingebaut hat. Also kurzes Fazit noch, die Grundidee und das Ende gefallen mir schon gut. Die Schnitzeljagd dazwischen ist aber teils ein bisschen zäh, finde ich. Ja, wir haben auch in diesem Band wieder eine Zeitmaschinengeschichte. Da reist aber zunächst nicht Mickey, sondern sein Neffe unfreiwillig ins Jahr 1930. Dort trifft er auf den Ermittler Dick Goof, mit dem er ein Abenteuer erlebt, bei dem er auch entführt wird. Und ja, mehr sage ich gar nicht. Hat mir besser gefallen als die andere Zeitmaschinengeschichte. Vielleicht, weil sie ein bisschen abwechslungsreicher ist, dass man auch eine der anderen Figuren die Zeitmaschine benutzt. Wobei man sagen muss, dass der Zeitreiseaspekt jetzt hier gar nicht so die große Rolle spielt. Das ist eben mehr ein Krimi, aber solide, würde ich sagen. Ich mag auch dieses 20er, 30er Jahre Setting ganz gern. Der Detektiv Dick Goof spielt auf Dick Tracy an, wie Max selbst auch feststellt. Und Dick Tracy war ein Ermittler im gelben Mantel einer gleichnamigen Comicserie. Die ist in Deutschland jetzt nicht so bekannt. Ich kenne sie jetzt auch nur vom Namen her, ehrlich gesagt. Aber es gab auch 1990 einen Realfilm dazu. Wahrscheinlich hat sich Bruno Sada vor allem darauf bezogen. Spannend jedenfalls, dass in einem Disney-Comic eine andere Comicserie in gewisser Weise adaptiert wird. Das kommt ja jetzt auch nicht so furchtbar oft vor. Der rote Stein von Eldorado knüpft an die Geschichte der Doppelgänger im All im vorigen LTB an. Denn ein roter Stein aus dem All hat sich ins Raumschiff und somit nach Entenhausen geschlichen. Dieser Stein ist ein Gestaltwandler und nimmt im Laufe der Geschichte die Gestalt verschiedener Figuren an. Donald bietet ihn schließlich Onkel Dagobert als Wächter an. Also das ist wirklich eine sehr langweilige, vor sich hin plätschernde Geschichte. Es passiert sehr wenig. Es fühlt sich auch gar nicht wie 46 Seiten an. Was auch daran liegt, dass Kierkini seine Airbrush-Geschichten im zweireihigen statt im üblichen dreireihigen Format gezeichnet hat. Dadurch haben wir auch viel weniger Panels als normal. Also ich habe hier nur 154 gezählt, was wirklich sehr wenig ist. Aber zu diesem Airbrush-Stil will ich noch ganz kurz was sagen. Den hat Giulio Kierkini in den 80ern und frühen 90ern nämlich öfter benutzt. Das sind also tatsächlich gemalte Panels, wo es so eine Mischung aus Aquarell und Airbrush. Ich habe überlegt, was mir an diesem Stil nicht gefällt. Also die Hintergründe sind realistischer als normal, während die Figuren mehr oder weniger so wie immer gestaltet sind. Und dadurch ergibt sich so ein Kontrast, der auf mich eher befremdlich wirkt. Die Figuren wirken da für mich fast wie Fremdkörper. Vor allem in diesem Panel mit den Panzerknackern finde ich das sehr auffällig. Andererseits finde ich dann auch die Farben so knallig. Auch die flächigen Hintergründe mit den Farbverläufen gefallen mir einfach nicht. Also der Stil ist irgendwie so gar nicht mein Fall. Aber letztendlich ist es natürlich Geschmackssache. Vielleicht gefällt es ja euch. Kierkini selbst war natürlich von dem Stil überzeugt. Aber als die Chefredaktion in Italien wechselte, wollte man diese Airbrush-Comics nicht mehr. Von da an hat er dann wieder im normalen Stil gezeichnet. Was er aber bedauert hat, wie er hier in diesem Interview anspricht. Dann haben wir noch drei kürzere Storys. Zum einen den Elfseiter Kunst kommt von Können. Da erfindet Goofy ein Fahrrad mit Cerebralantrieb. Ist eine belanglose Kurzgeschichte. Übrigens aus Frankreich. Damit wurde in den Hundertern manchmal dann die Bände aufgefüllt. Auch nichts Besonderes ist der neue G-Rock. Dagoberts Alter geht nämlich kaputt. Und im neuen findet er mehrere Zettel mit sehr nützlichen Hinweisen. Ja, das beginnt vielversprechend, ist aber leider vorhersehbar und fällt zum Ende stark ab. Besser gefallen hat mir aber Fernseh süchtig. Beim Verein der Blumenfreundinnen hält Daisy einen Vortrag über das schädliche Fernsehen. Davon angestachelt, nehmen sich Donald und Gustav vor, einen Monat darauf zu verzichten. Und natürlich versuchen sie sich dann gegenseitig zum Aufgeben zu zwingen. Ja, ist wirklich eine amüsante Kurzgeschichte von Fabio Michelini. So eine typische Donald vs. Gustav Geschichte. Das war das LTB-Debüt für Alessandro Perina. Das ist vielleicht ein Name, den einige von euch von neueren Bänden her kennen. Zum Beispiel hat er die Geschichte Alle gegen Einen in LTB 452 gezeichnet. Und auch hier hat er schon wirklich gut gezeichnet, finde ich. Dabei aber noch mehr an seinem Lehrmeister Joan Batista Carpi orientiert. Gerade dieser frontale Blick finde ich typisch für Carpi. Das habe ich ja auch schon mal erwähnt. Und er hat auch wirklich sehr detailreich gezeichnet, wie man zum Beispiel in diesem Panel hier sieht. Auch aufgrund dieser Geschichte will ich zum Schluss noch über ein Thema sprechen. Und zwar über frauenfeindliche Narrative. Also ich muss vorher nochmal klarstellen, es geht mir jetzt hier nicht um eine vernichtende Kritik. Man kann die betreffenden Geschichten ja trotzdem genießen. Gerade diese hier, habe ich ja gesagt, hat mir auch gut gefallen. Aber ich finde das Thema bei der Lektüre alter Comics halt auffällig. Und mir persönlich reicht es jetzt nicht aus, einfach zu sagen, das war halt damals so. Ich finde es eben interessant, darüber zu reflektieren und diese Narrative zu beschreiben. Und einige von euch vielleicht ja auch. Also das war jetzt eine lange Vorrede. Was stört mich konkret? Ich habe jetzt drei Narrative ausgemacht, die in diesen beiden Bänden vorkommen. Erstens die Frau als Spielverderberin. Und das haben wir bei Fernsehsüchtig. Die Frauen verbieten alles, was Spaß macht, sind so moralisch auf einem hohen Ross. Auch bei der Schmutzgeier-Geschichte ist es ja die Gräfin, die dem Sauberkeitswahn verfallen ist und ihre Lebensweise den anderen aufdrückt. Auch wenn ich es da jetzt nicht so schlimm finde, weil es eben nur diese eine Figur ist. Bei Fernsehsüchtig ist es aber eben nicht nur Daisy, wo man sagen kann, ja so ist halt Daisy. Sondern eine ganze Gruppe von Frauen, also die Schreckschrauben, wie Gustav hier sie bezeichnet, die die armen Männer unterdrücken. Das hatten wir genauso auch schon bei der Dünnli-Diät aus Band 154, die ich im fünften Duell besprochen hatte. Das scheint also jetzt kein Einzelfall zu sein. Natürlich ist es satirisch zugespitzt, wenn die Männer sogar in der eigenen Wohnung eingesperrt werden. Trotzdem finde ich schon, dass da dann so ein bestimmtes Bild vermittelt wird. Gustav bezeichnet sie hier außerdem als Furien und das führt uns zum nächsten Narrativ. Hier will ich beispielhaft nochmal auf die Kierkini-Geschichte zurückkommen. Da wird das Wort Furie sogar auch benutzt, weil Daisy ausrastet und mit ihrer Handtasche um sich schlägt. Und das Narrativ haben wir auch bei Minnie, hier jetzt nur peripher in der Kurzgeschichte. Aber das habe ich ja auch schon in früheren Folgen mal angesprochen. Man kann jetzt natürlich sagen, dass auch Donald Wutausbrüche hat. Das stimmt auch, aber da wird es jetzt nicht so als Stereotyp männliche Eigenschaft präsentiert. Und man muss natürlich beachten, dass Donald einer von mehreren von vielen Männern ist, während Daisy und Minnie nicht selten dann die einzigen Frauenfiguren in einer Geschichte sind. Donald und Gustav kämpfen um die Gunst von Daisy, das haben wir sehr oft, gab es auch bei Barks schon. Deshalb hatte ich mir jetzt überlegt, dieses Narrativ gar nicht mehr auszuführen. So eine Dreieckspezierung kommt ja auch nicht nur in Disney Comics vor, sondern eben sehr oft. Und man muss sicherlich von Geschichte zu Geschichte schauen. Bei der Autostory in Band 171 haben wir aber schon diese althergebrachte passive Rolle der Frau, die erobert werden will. Weil das sagt ja Daisy sogar, dass sie es toll findet, wie um sie gekämpft wird. Gerade wenn man genauer drüber nachdenkt, ist es schon lächerlich, dass Daisy in diesem Fall Donald bevorzugt, weil er bei so einem albernen Autorennen gewonnen hat. Und da kommt auch so eine materialistische oder neoliberale Einstellung von Daisy zum Vorschein. Und das finde ich in gewisser Weise auch männerfeindlich. Also wer sich Stereotyp männlich benimmt, kriegt am Ende die Frau. Ja, das also mal drei Narrative, die ich ausgemacht habe. Ich schaue jetzt einfach in den nächsten Duellen, inwiefern die sich wiederholen, welche man vielleicht noch hinzufügen kann. Und ob es vielleicht auch Geschichten gibt, die diesen Narrativen explizit widersprechen. Denn man muss natürlich fairerweise auch sagen, dass in Band 177 auch Frauenfiguren vorkommen, die nicht ganz so klischeehaft sind. Also gerade auf Gundel Gaukelei trifft es ja auf jeden Fall zu. Und auch die Femme Fatale in Rätsel und Dick Goof stellt sich zumindest als nicht ganz so klischeehaft heraus, ohne jetzt so viel zu spoilern. Und dann haben wir ja auch noch Gita. Also sie bringt die Handlung voran, ist auch kreativ. Andererseits definiert sie sich ja aber auch stark über die bedingungslose Liebe zur Dagobert. Also zur Gita müsste man wahrscheinlich mal in einer späteren Folge noch mehr sagen. Übrigens ist das hier mein Lieblingspanel des Bandes, als Gita dann doch noch einen Kuss bekommt und ihre Ohrringe klingeln. Okay, dann haben wir das auch und wir kommen zum Fazit zur LTB 177. Wir haben drei Geschichten, die Karte Nummer 1, Dick Goof und Fernsehsüchtig, die mir eher gut gefallen haben. Wenngleich die jetzt auch nicht ohne Schwächen sind. Die anderen drei haben mir weniger gut gefallen. Ja und beim Urteil finde ich es dann wirklich schwierig. Also ich finde die 177 hat zwar größere Niveauunterschiede, aber ich würde sie vielleicht trotzdem noch ganz knapp vorne sehen. Ich bin aber gespannt, wie ihr das seht. Ihr könnt wie immer abstimmen. Überhaupt nicht knapp war es beim letzten Mal. Da hat sich die 9 natürlich erwartungsgemäß durchgesetzt. Und dann schauen wir wieder auf das nächste Duell. Da haben wir jetzt wieder ein 200er Duell und wir haben gleich anfangs der 200er die Nummer 205. Und die wird dann antreten gegen die 273. Und auch das Finale vom Buchrücken-Duell werden wir dann bald haben. Dann vielen Dank fürs Durchhalten und macht's gut, wo auch immer ihr seid. Entenhausen ist überall. Also, Untertitelung des ZDF, 2020